Mehr als 25 Monate führt Russland Krieg gegen die Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Wir fangen diese oft an mit der Schlacht um Avdivka bzw. um die westlichen Vororte von Avdivka, denn dort versucht die russische Armee als eine von vielen Offensiven, die aktuell geführt wurden, eben vorzudringen und die ukrainische zweite Verteidigungslinie hinter Avdivka zu zerstören. Und wir haben hier Aufnahmen, die uns einmal mehr zeigen, wie nicht nur die Ukraine, der es ja immer nachgesagt wird, sondern vor allem auch Russland offenbar ein riesiges Problem hat, was seine Logistik angeht. Wir sehen hier dieses kleine Fahrzeug, was aussieht wie ein Golfcar und wir haben das in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Das ist ein aus China gekauftes Desert Cross 1003 und das fährt hier durch Berdushi und der Berdushi ja einer der Orte, den die Russen unbedingt einnehmen wollen, westlich von Avdivka. Und wir sehen uns das jetzt gleich mal an, wie dieses Fahrzeug mittlerweile genutzt wird und wie unfassbar die Russen offenbar diese kleinen Golfcars einsetzen als eine Alternative zu seinen Schützenpanzern. Wir können mal ganz kurz zurückspulen und sehen jetzt hier, oder beziehungsweise lassen es einfach mal laufen, wir sehen jetzt hier den Anflug einer ukrainischen Kamikaze-Drohne auf die Szene, die wir gerade eben gesehen haben. Ich glaube, jetzt sieht man es nochmal ganz gut. Hier also dieses kleine Fahrzeug, wie gesagt nur 16.000 Euro pro Stück, insofern extrem preiswert für die Russen zu kaufen. Und hier ein zerstörter Schützenpanzer. Und diese Schützenpanzer waren ja bislang immer genutzt worden von Russland, um eben seine Infanterie ins Feindesland zu bewegen. Das heißt, dort gab es zumindest eine Panzerung, dort gab es die Möglichkeit, eben wenn ein Einschlag durch eine Kamikaze-Drohne erfolgt, dass eben nicht direkt die Menschen getroffen werden, sondern eben erstmal die Panzerung. Russland hat offenbar ein riesiges Problem, was die Logistik angeht und hat ja jetzt diese Fahrzeuge gekauft, eben über 2.100 an der Zahl. Und wir sehen hier, wie die eingesetzt werden. Wir sehen also hier, dass diese Fahrzeuge tatsächlich eben als absoluter 1 zu 1 Ersatz zu den Schützenpanzern eingesetzt werden. Hier nochmal kurz der Unterschied, also da dieses kleine weiße Fahrzeug und hier der bereits zerstörte Schützenpanzer. Und wir pixeln das jetzt gleich, denn hier wird natürlich nicht die Panzerung getroffen, sondern hier werden die Menschen an sich getroffen. Deshalb haben wir das natürlich gepixelt in dem Moment, was hier passiert. Allerdings können wir uns jetzt einmal ansehen, wie das weiterläuft, wie also dieses Video hier kurz weiterläuft. Und wir sehen dann, was nämlich um dieses Fahrzeug herum passiert. Nämlich das, und jetzt können wir uns das mal ansehen, dass sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Soldaten da raus springen. Das sind 8 Soldaten aus einem kleinen Golfauto, was für 2 bis 3, maximal 6 geeignet ist. Das heißt, Russland sagt seinen Soldaten einfach, das, was ihr vorher als Schützenpanzer hattet, ihr 8 Soldaten, das müsst ihr jetzt eben in diesem kleinen Fahrzeug eben leisten und das müsst ihr eben irgendwie schaffen. Wir sehen, es gab Verwundete und höchstwahrscheinlich auch Getötete nach diesem Angriff, weil er eben direkt die Soldaten getroffen hat. Und hier können wir es noch einmal sehen, das ist also dieses Desert Cross 1003. Acht russische Soldaten samt Ausrüstung haben darin ganz offensichtlich Platz, aber sind dementsprechend dann der riesigen Gefahr ausgesetzt, dass man eben durch FPV-Drohnen oder andere Waffen getroffen wird. Und wir haben das eben gesehen, das Ganze eben ja tatsächlich ein fahrender Sarg für die Soldaten, die da drin sind, die jetzt da eben versuchen müssen, sich an der Front zu bewegen. Nichtsdestotrotz, die russische Offensive geht weiter in der Region. Und wir schauen uns nochmal kurz die Karte an und sehen, was wir eben gerade gesehen haben. Eben von dieser Straße südlich von Berduschi, da hat gerade dieser Angriff stattgefunden. Und ansonsten bleibt eben die Situation, dass unter ukrainischer Kontrolle noch Semenivka und weiter im Westen in Umanski ist und eben ein Teil von Berduschi. Und diese 47. mechanisierte Brigade, die eben auch diesen FPV-Kamikaze-Angriff durchgeführt hat, das ist die Brigade, die da oben eben die Stellung hält. Und das ist die einzige Brigade, die eben noch nicht ihre Stellung verloren hat. Die anderen Brigaden, die in Orlivka und Tonnenke stationiert waren, mussten sich mittlerweile zurückziehen. Und dort hat Russland es eben geschafft, weiter vorzudringen. Und dort eben die nächste Verteidigungslinie, wie können Sie noch mal kurz einzeichnen, die sich ja entlang dieser Seen hier eben befindet, die nächste Verteidigungslinie dort fast durchbrochen zu haben. Insofern, das ist eine schwierige Situation für die Ukraine. Das hat auch gestern nochmal der Chef der ukrainischen Armee gesagt, dass die Situation weiterhin sehr kritisch ist und schwierig ist. Und eben Russland versucht, weiter vorzudringen. Wir wollen einige Kilometer weiter sehen, ins kleine Dorf Holmivske. Und Holmivske ist ein Dorf, was bereits seit 2014 unter russischer Kontrolle ist. Und wir sehen hier, ich hoffe, man kann es erkennen, ein Flugabwehrsystem der russischen Armee vom Typ Osa. Und wir sehen das hier vielleicht. Hier sind also die Raketen drin. Das ist also gerade scharf, das System versucht gerade zu zielen auf ukrainische Drohnen oder Fluggeräte. Allerdings die eine Drohne, die hier darüber fliegt und eben das Ganze gerade filmt, die scheint es nicht bemerkt zu haben. Insofern ist dieses System hier in Holmivske eben im Einsatz. Wir sehen das jetzt hier auch sehr gut anhand dieser Strukturen, anhand der Lagerhäuser dort. Ehemalige von der Ukraine genutzte landwirtschaftliche Anlagen, die jetzt eben militärisch genutzt werden von Russland. Und dieses kleine Dorf, wie gesagt, schon seit 2014 unter russischer Kontrolle, liegt sage und schreibe aktuell 8,5 Kilometer hinter der Frontlinie, hinter der absoluten Frontlinie. Und jetzt sehen wir, wie dieses Osa-System eben hier in dieses Fahrzeug hineinfährt, wo, wie wir schon sehen, einige Kriegsschäden da sind, aber eben nicht aktuelle und dort versucht Unterschlupf zu finden. Und wie gesagt, 8,5 Kilometer liegt Holmivske hinter der Front. Das heißt, um Holmivske anzugreifen von der Ukraine aus, muss man mindestens 9 Kilometer, vielleicht auch eher 10 Kilometer hinter der Front entfernt sein, meine ich, um eben hier einen Angriff auszuführen. Wir sehen jetzt aber, und das ist schon ziemlich beeindruckend, dass eben eine ukrainische Kamikaze-Drohne jetzt hier diesen Ort anflegt, den wir gerade eben gesehen haben. Das also eben gerade das Lagerhaus, was wir gesehen haben. Und das ist das Haus, wo sich dieses Osa-System gerade drin versteckt hat, also wo es sich zurückgezogen hat. Und wir sehen jetzt einen ganz präzisen Zielanflug, der eben auf die Löcher, auf die Kriegsschäden zielt. Und dann sehen wir auch gleich, wie er im Gebäude weiterhin zielt. Und auch im Gebäude weiterhin noch schaut, wo bin ich, wo ist das Fahrzeug und wo muss ich hier ranfliegen. Und jetzt sehen wir es hier, glaube ich, ganz gut. Und jetzt natürlich nicht mehr. Aber in dem Moment sehen wir es noch einmal, dass das eben dieses Osa-System ist, was wir gerade eben gesehen haben. Wir lassen es noch einmal kurz durchlaufen, um uns eben klarzumachen, was hier passiert. Nämlich die Ukraine hat es eben geschafft, mit ihren kleinen FPV-Kamikaze-Drohnen, eigentlich Quadcopter, eben eine Distanz zu überwinden von circa 10 Kilometer. Wie gesagt, die 8,5 Kilometer zur Front plus eine Sicherheitsdistanz. Man kann ja auch nicht direkt an der Front stehen und diese Drohnen loslassen. Und schafft es dann eben in fast 10 Kilometer Entfernung eben Systeme innerhalb von Gebäuden anzugreifen, indem man noch einmal auf sie zielt innerhalb der Gebäude. Und das ist natürlich etwas, was vor einem Jahr noch völlig undenkbar gewesen wäre. Das heißt, diese Technologie dieser FPV-Drohnen, die die Ukraine ja nutzen muss, weil sie eben viel zu wenig Munition aus dem Westen bekommt und teilweise überhaupt keine Munition mehr hat, um hier anzugreifen. Diese Technik, diese Perfektionierung der FPV-Drohnen, die geht immer weiter voran. Und wir sehen jetzt hier eben, wie statt eines einzelnen Artilleriegeschosses, 155 Millimeter beispielsweise, was ja locker 30 Kilometer schießen könnte und von sonst wo hinter der Front dieses Gebäude getroffen hätte, die gibt es aber nicht mehr. Und deshalb gibt es jetzt hier diese Zielanflüge eben von FPV-Drohnen, die das Ganze eben stattdessen tun. Insofern das Ganze eine sehr beeindruckende Technik, die eben die Ukraine da eingeführt hat. Wir sehen jetzt nochmal Rauch danach in dem Gebäude. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass zumindest eine Beschädigung stattgefunden hat des Fahrzeuges, weil ja die FPV-Drohne nicht alleine, wie man sie bei Saturn oder Mediamarkt oder sonst wo eben kaufen kann, da reinfliegt, sondern eben ein RPG-7-Panzer, einen Sprengkopf dabei hat, mit dem sie sozusagen dann auch den Schaden anrichtet. Panzerfaust, wollte ich sagen. Insofern, das ist also die Alternative zur Artillerie, die die Ukraine immer weiter perfektioniert. Was sie ebenfalls perfektioniert, wollen wir uns jetzt ansehen, nämlich den Gebrauch von französischen Präzisionsbomben. Und wir sehen in den letzten Tagen immer wieder und immer häufiger, dass die Ukraine wohl die 50 AASM-250-Bomben von Frankreich nutzt, die es im Monat jetzt bekommen hat, um tatsächlich auch Präzisionsangriffe im Feindesland auszuführen. Wir schauen uns das nochmal kurz von vorne herein an. Das hier ist in Kosatsky-Lahiri, also einem Ort auch in der Region Kherson, südlich des Dnepr. Und wir sehen jetzt hier, wie Drohnenbetreiber der russischen Armee eben dorthin und her sich bewegen und wie eben dieses Haus dort benutzt wird von der russischen Armee. Wir sehen also hier, wie Nachschub geliefert wird, wahrscheinlich auch wie Drohnen geliefert werden. Und in dem Moment, ich hoffe, man sieht das, ich kann es nicht anhalten direkt, aber ich hoffe, man sieht das hier. In dem Moment haben wir eben die Situation, dass von oben, jetzt haben wir es gesehen, hier diese AASM-250 von Frankreich einschlägt. Man sieht es an der Form relativ gut und dieses Haus, was von den Russen hier benutzt wird, eben vollständig zerstört. Das Ganze sind in Anführungsstrichen nur 250 Kilo Sprengstoff. Das heißt, es ist wesentlich weniger, als beispielsweise russische Flugbomben haben, aber eben Kraftgleichmasse mal Beschleunigung. Das heißt, wenn das Ganze wirklich von direkt oben einschlägt, mittig in das Haus einschlägt, dann ist eben die Explosion so, dass, wie wir es jetzt gleich sehen, das gesamte Gebäude zerstört wird und auch mit einer nur 250 Kilogramm schweren Bombe eben hier ein maximaler Schaden erreicht werden kann. Wir können es jetzt gleich an der Stelle mal stoppen, weil jetzt gleich da noch sozusagen bewiesen wird durch die Drohnenoperatöre, dass auch alle Russen, die da in diesem Haus waren, dann dabei gestorben sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das Entscheidende ist, dass Frankreich eben diese Bomben jetzt liefert. Wir wissen, dass sie unter MiG-29 unter anderem gebaut werden, aber wahrscheinlich auch unter Su-24, das heißt unter verschiedene Kampfflugzeuge der Ukraine. Und wir sehen jetzt eben, dass von diesem Haus, was wir eben noch gesehen haben, tatsächlich nichts mehr übrig ist. Und auch sämtliche Drohnenoperatöre, die ja auch natürlich trainiert sind, die auch Skills haben, wenn man so möchte, die also nicht von heute auf morgen einfach so Drohnen operieren können, sondern eben das lange Lernen, dass sie dann hier auch getötet wurden in diesem Gebäude. Insofern Frankreichs Präzisionsbomben ja ein extrem wichtiger Beitrag der Ukraine, die ja eben sonst kaum noch Munition bekommt und hat. Natürlich muss man das Ganze auch realistisch einsetzen. Wir wissen, dass Russland etwa 40 bis 50 Flugbomben pro Tag abwirft auf die Ukraine. Frankreich gibt aktuell 50 von diesen AASM 250 im Monat ab an die Ukraine. Das heißt, das sind ungefähr ein bis zwei pro Tag, die die Ukraine nutzen kann. Frankreich hat aber auch versprochen, die Produktion anzufahren und ab Mitte des Jahres 100 pro Monat zu liefern. Und wenn wir sehen, dass diese Bomben, die ja auch GPS-gesteuert sind, also sehr präzise angreifen können, eben solchen Schaden hier auslösen im russisch besetzten Gebiet, dann ist das natürlich etwas, womit die Ukraine auch arbeiten kann. Und was ihr auch bei allem Mangel an Munition, die sie hat, trotzdem sehr hilft, eben Russlands Invasoren hier auch zu bekämpfen. Wir haben gerade schon von den russischen Bomben gesprochen und wollen uns jetzt eine weitere Aufnahme ansehen, die zeigt, wie Russland immer stärkere und immer tödlichere Bomben einsetzt. Und was wir jetzt hier sehen, ist eine ODAB 1500. Ich kann das gleich mal erklären. Was wir hier sehen, ist das Ziel in der Region Sumi. Das heißt, gefilmt wird diese Aufnahme und diese Region in der Ukraine gerade aus Russland. Und jetzt sehen wir gleich eine massive Explosion, die hier stattfindet, nämlich dort. Und wir sehen jetzt, ja, es sieht aus wie ein kleiner Atompilz. Wir sehen diese Wolke, die sich hier nach oben bewegt und eben über dieser Stadt hier aufsteigt. Das Ganze, eine ODAB 1500, das ist also eine 1,5 Tonnen schwere Bombe, die aber nicht mit traditionellem Sprengstoff arbeitet, sondern eben mit einer Aerosolmischung. Das heißt, wir haben es hier mit einer Aerosolbombe zu tun, die etwa in einer Höhe von 5 bis 10 Metern über dem Ziel, das berechnet die Bombe, während sie fällt, ein großes Chemikaliengemisch in alle Richtungen verteilt. Und dieses Chemikaliengemisch eben diese Aerosole dann entzündet und damit eine noch stärkere Vernichtungswirkung hat. Und das Ganze eben, also ein thermobarischer Sprengsatz, der eben nicht nur die Sprengkraft von etwa 1000 Kilogramm TNT hat, sondern der eben auch noch dazu, dazu führt, dass wir ein Vakuum haben. Das heißt also, dass auch in der Nähe lebende Menschen beispielsweise, ja, da in Sekundenbruchteilen ersticken, beziehungsweise die Lungen zerrissen werden. Das Ganze eine extrem tödliche Bombe, die Russland eben eigentlich für, ja, wahrscheinlich für den konventionellen Teil eines Dritten Weltkrieges entworfen hat. Und diese Bomben werden aber heute eben abgeworfen auf die Ukraine. Da unten, wie gesagt, kann das sich einfach mal ansehen. Das hier sind einzelne Häuser. Das hier sind kleine Häuser, die dort stehen. Und diese Häuser sind eben, ja, winzig im Vergleich zu diesen massiven Explosionen, die hier stattfinden und zu dieser massiven Rauchwolke, die sich hier auch entwickelt hat. Russland, wie gesagt, nutzt pro Tag zwischen 50 und 100 dieser Bomben, nicht nur dieser Bomben, das sind die allerschwersten, die es nutzt, aber eben auch leichtere Bomben und stellt damit eben eine extreme Gefahr für die ukrainische Armee, aber auch für ukrainische Zivilisten dar, die jeden Tag Opfer von diesen Bomben werden. Die Soldaten zu Dutzenden, aber wir wissen leider auch, dass jeden Tag mehrere Zivilisten getötet werden in Kharkiv und in anderen Städten von dieser Art von Springsitzen. Am Ende wollen wir gehen nach Sevastopol, der Hauptstadt, oder beziehungsweise einer großen Stadt in der seit 2014 besetzten Krim. Und wir lassen das Video erstmal durchlaufen, das ist von gestern Nachmittag. Und es zeigt den Absturz eines sogenannten Luftüberlegenheitsflugzeuges vom Typ Sukhoi Su-27, der russischen Luftwaffe, und zwar direkt vor Sevastopol. Wir sehen jetzt, wie dieses Flugzeug hier ins Wasser stürzt und dann auch in einer riesigen Feuerwolke dort explodiert. Der Pilot soll sich vorher gerettet haben, das ist die gute Nachricht für die Russen. Allerdings, was hier passiert ist, darüber gibt es mal wieder Uneinigkeit bei den Russen. Das Militär behauptet hier, natürlich wie immer, es gab ein technisches Problem. Das Ganze hat nichts mit Beschuss zu tun, nichts mit Feindbeschuss und schon gar nichts mit eigenem Beschuss. Allerdings, wenn wir uns die Bilder genau ansehen, und da sind sogar russische Blogger der Meinung, dann stimmt das wahrscheinlich nicht. Ohne es 100 Prozent sagen zu können, sehen wir natürlich auf der einen Seite, dass da oben dieses Flugzeug gerade abstoßt, dass das Flugzeug brennt. Das ist natürlich möglich, dass es hier vielleicht einen Motorschaden gibt oder ähnliches, ein Triebwerksschaden, der eben zu einem Feuer führt. Wir können uns aber mal ansehen, was hier überall passiert. Nämlich diese kleinen Teile, die hier runterfliegen, das sind Flares, also Teuchkörper, die wahrscheinlich von diesem Flugzeug stammen. Das heißt, dieses Flugzeug hat Teuchkörper abgesondert, also verschossen. Und das tut es ja im Normalfall nur, wenn der Computer, also wenn die Systeme davon ausgehen, dass sie unter Beschuss sind, dass sich eben Raketen nähern, dass also das Flugzeug beschossen wird, dass jemand versucht, es vom Himmel zu holen, dann würden Flares losgelassen. Und jetzt ist es natürlich rein theoretisch möglich, dass das alles Zufall ist, dass es eine Fehlfunktion des Triebwerks war, die auch zu einem Feuer und auch zu dem Ablassen von Teuchkörpern geführt hat. Das Ganze ist aber extrem unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass es genau das ist, wonach es aussieht, nämlich, dass dieses Flugzeug hier von einer russischen Rakete beschossen wurde, die dann dazu geführt hat, dass zum einen die Flares ausgelöst wurden und danach aber eben es einen Einschlag gegeben hat im Flugzeug und am Ende eben dieses Flugzeug hier brennend vom Himmel gestürzt ist. Denn das ist eben die wahrscheinlichste Variante. Wir sehen auch, eins der Triebwerke brennt hinten. Da kommt das Feuer raus. Ich muss mal ganz kurz anhalten. Ja, also ganz gut zu sehen, wie das Feuer aus dem linken Triebwerk rauskommt. Und insofern ist die, ja, die wahrscheinlichste Erklärung dafür eben auch die naheliegendste, nämlich, dass die Russen einmal mehr, aus welchen Gründen auch immer, entweder hat jemand Mist gebaut oder die Ukrainer haben sie mittels elektronischer Kriegsführung eben getäuscht, dass die Russen einmal mehr ein eigenes Flugzeug abgeschossen haben. Es wäre nicht das erste Mal in diesem Jahr. Allerdings zumindest im Bereich der Krim, die erste Su-27, die eben abgeschossen wurde von russischer Flugabwehr. Insofern geht der Krieg im ganzen Land weiter, sowohl entlang der Front. Wir haben es uns angesehen in Donetsk als auch in Sumi beispielsweise im Nordosten des Landes, wo ja eigentlich der Krieg seit, oder nicht der Krieg, aber wo die Kampfhandlungen am Boden bereits seit 2022 vorbei sind, als auch natürlich in den besetzten Teilen der Ukraine, zum Beispiel auf der Krim, wo die Ukraine eben alles versucht, in ihrer Macht stehende, um auch dort die russische Armee fernab der Front zu schwächen.